Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und heute habe ich mal wieder einen Programmieren-Lernen-Podcast für euch. In der heutigen Episode des Programmieren-Lernen-Podcasts möchte ich mal über ein meiner Meinung nach sehr, sehr wichtiges und eigentlich nie angesprochenes Thema sprechen. Und zwar über das sich selbst vergleichen mit anderen Programmierern. Das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr schädlich sein kann und darüber möchte ich heute einfach mal sprechen, weil ich das immer und immer wieder in Programmierforen, Communities und auch im eigenen Umfeld sehen kann, dass das Leute machen. Und das schädigt natürlich den Lernprozess enorm. Deswegen will ich da heute einfach mal drüber quatschen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch, sich ein bisschen besser auf die eigentlichen Dinge zu fokussieren, die man beim Programmieren-Lernen beachten sollte. Als Programmieranfänger hat man es meiner Meinung nach nicht wirklich leicht. Wenn man frisch in dieses neue Gebiet reinkommt und erstmal die Grundlagen lernen muss, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Leute da draußen, die schon weitaus mehr Erfahrung als man selbst haben und ja, es auch teilweise für selbstverständlich halten, dass man bestimmte Dinge einfach versteht auf Anhieb und weiß, wie bestimmte Algorithmen einfach funktionieren oder bestimmte Features von einer Programmiersprache funktionieren. Und so kommt es natürlich auch hin und wieder mal vor, dass man von irgendwelchen Leuten belächelt wird oder man sich allgemein ein bisschen wertlos fühlt in dieser großen Welt der Programmierung. In so einer Situation fängt man sehr häufig an, seine eigenen Fähigkeiten mit den Fähigkeiten dieser anderen Leute zu vergleichen, die ja so viel mehr Erfahrung haben als man selbst und man fängt auch an, die eigenen Projekte mit den Projekten dieser erfahreneren Leuten zu vergleichen. Und dann kommt man sich klein vor und verliert sehr schnell die Motivation, weil man einfach denkt, man ist zu blöd dafür oder was auch immer man sich dann in so einer Situation an blödem Zeug einredet. Und sowas sorgt dann auf kurz oder lang zwangsläufig dafür, dass man viel langsamer lernt und seine eigenen Fähigkeiten viel, viel langsamer verbessert oder dass man sogar ganz gegen eine Wand läuft und gar nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll. Das kann sogar so weit gehen, dass man in ein emotionales Loch fällt und leicht depressiv wird, weil man sich ja so stark vorgenommen hat, programmieren zu lernen und sich dann einredet, dass man es niemals lernen kann, weil andere verstehen Dinge viel schneller als man selbst und ja, dann fühlt man sich halt blöd, was eigentlich Quatsch ist und das sorgt dann dafür, dass man überhaupt keine Lust mehr hat und ja, dann weiß man nicht mehr weiter. Euch fällt also wahrscheinlich schon auf, dass das sich selbstvergleichen mit anderen in der Programmierwelt und auch im privaten Leben allgemein sehr, sehr schädlich sein kann und ja, deswegen möchte ich da heute einfach mal ein bisschen drüber reden und euch darauf aufmerksam machen. Einfach nur, damit ihr das vielleicht selber in eurem Leben als ein Problem erkennen könnt oder dass ihr vielleicht auch andere Leute darauf ansprechen könnt, die das vielleicht hin und wieder mit sich selbst machen. Und ich kann euch hier natürlich auch keine Komplettlösung dazu anbieten, wie ihr damit aufhört, euch selbst mit anderen zu vergleichen. Das ist leichter gesagt als getan, das ist mir bewusst, aber ich kann euch ja ein paar Tipps geben, die vielleicht dem einen oder anderen hier schon helfen. Zuerst einmal ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man versteht, dass Programmieren kein Hexenwerk ist oder dass es keine hochgradig intellektuelle Sache ist, für die man ja studiert haben muss und die nur wirklich sehr, sehr intelligente Leute praktizieren können. Programmieren ist eine sehr einfache Sache eigentlich im Kern, aber man kann das Thema natürlich ausweiten und immer komplexer machen, je nachdem, wie groß die Projekte sind. Um Programmieren zu lernen, müsst ihr also nicht gut in Mathe sein und ihr müsst auch nicht mega gut in Physik sein. Ihr braucht auch keinen so und so hohen Schulabschluss, das ist völlig egal. Ihr müsst dazu einfach ein bisschen logisch denken können und auch das kann man sich antrainieren über die Zeit. Das heißt, ihr könnt auch als Leute, die ein schlechteres Schulzeugnis haben als andere, in die Programmierwelt einsteigen und da genauso gut drin werden, wie andere es sind. Und ich spreche hier aus Erfahrung, denn mein Zeugnis war auch nie immer das Beste. Ich war nie gut im Fach Mathematik, in Physik war ich auch nicht wirklich gut und trotzdem bin ich ein leidenschaftlicher Spieleentwickler. Die Dinge, die ich für die Spieleentwicklung an Mathematik selber lernen musste, die habe ich mir angeeignet, aber da konnte ich es dann auch lernen, weil ich Lust drauf hatte und auch verstanden habe, wozu ich das einsetzen muss. Also falls ihr jetzt, wie gesagt, auch Probleme in diesen Bereichen habt, dann ist das kein Problem und auch kein Hindernis, das dafür sorgt, dass ihr niemals programmieren lernen könnt. Ich spreche aus Erfahrung, ich selber habe es ja auch geschafft. Und falls ihr dann in so einem Thema doch mal an die Wand fährt, weil ihr zum Beispiel bestimmte mathematische Grundlagen nicht habt oder weil ihr bestimmte Grundlagen in Physik nicht habt, dann könnt ihr das trotzdem im Nachhinein noch lernen und euch dann wirklich intensiver damit befassen, als man es in der Schule tut. In der Schule lernt man solche Dinge ja immer sehr theoretisch, ist ja ganz klar. Aber ja, wenn ihr euch dann selber im Nachhinein noch damit auseinandersetzt, zum Beispiel ich habe vor ein paar Jahren mich noch mal intensiv mit Algebra auseinandergesetzt. Man meint ja, das ist ein sehr einfaches Thema, aber ja, da haben mir einfach Grundlagen gefehlt und ich habe mir gedacht, okay, das lerne ich jetzt im Nachhinein selber. Genauso bei der Trigonometrie, weil ich das für die Spieleentwicklung sehr häufig gebraucht habe. Da habe ich alles im Nachhinein noch gelernt mit Büchern oder im Internet und dann hat das auch funktioniert. Also vergleicht euch auf dieser Ebene schon mal nicht mit anderen Programmierern, denn ja, der Bildungsabschluss, der, oder der Bildungsgrad, sagen wir es so, der bestimmt nicht, wie hoch eure Chancen sind, gute Programmierer zu werden. Als nächstes ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man versteht, dass alle Leute, die erfahrenere Programmierer sind als man selbst aktuell, irgendwann mal in der Vergangenheit an derselben Stelle standen, wie man selbst aktuell. Wenn man also mal, ja, belächelt wird von irgendeinem erfahreneren Programmierer, weil man irgendeine bestimmte Sache nicht auf Anhieb verstanden hat oder wenn man einfach einen anderen sieht und sich selbst schlecht fühlt, weil der besser ist als man selbst, dann sollte man einfach mal ein bisschen logisch denken und sich vor Augen halten, dass der irgendwann mal an derselben Stelle stand wie man selbst und ja, dass es doch eigentlich nur logisch ist, dass man die Zeit, die er investiert hat, selber noch nicht investiert hat und das einfach noch nachholen wird, beziehungsweise einfach, ja, selber jetzt noch machen muss. Und zu guter Letzt ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man sich auch vor Augen hält, dass das Programmieren lernen kein Wettrennen ist. Die einen lernen es schneller, die anderen brauchen etwas länger, die einen können es ab einem bestimmten Punkt so und so gut, die anderen ein bisschen weniger gut oder die einen sind in einem bestimmten Bereich besser, man ist selbst in einem anderen Bereich besser, aber dafür in dem von dem anderen nicht und so weiter und so fort. Es tut überhaupt nichts zur Sache, wer wie gut im Programmieren ist, es kommt einfach nur darauf an, was man programmiert und ob man dabei Spaß hat oder ob man einen Nutzen dadurch erzeugt für eine Firma oder für sich selbst, für sein Geschäft. Nur weil man damit anfängt, programmieren zu lernen, heißt das noch lange nicht, dass man der beste Programmierer der Welt werden muss oder dass man die komplexeste Software aller Zeiten schreiben muss. Im Endeffekt geht es beim Programmieren einfach nur darum, eigene Ideen zur Wirklichkeit zu machen und, ja, einfach Spaß dabei zu haben oder einen Nutzen für eine Firma zu bringen oder ein eigenes Geschäft damit aufzubauen. Da kommt es natürlich immer darauf an, warum man Programmieren überhaupt lernt. Aber im Endeffekt ist Programmieren keine ultrakomplexe Sache und vor allem ist das Programmieren Lernen 1 nicht ein Wettbewerb. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Programmieren Lernen Podcast von heute. Ich weiß, das ist ein Thema, das jetzt nicht wirklich direkt mit dem Programmieren zu tun hat. Das kann man auch auf andere Bereiche des Lebens anwenden, das Ganze. Aber ja, ich wollte darüber einfach mal sprechen, weil ich es halt einfach immer wieder sehe, wie sich Leute daran kaputt machen, weil sie sich mit anderen Leuten vergleichen. In diesem Sinne war es das mit dem Programmieren Lernen Podcast. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue Videos wie dieses hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.